Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Maus Akrobat und ich habe für euch heute ein Video dabei. Der wichtigste Schritt zu einem besseren Spieler. Werde zum Schachspieler. Und das Ganze kommt nicht von ungefähr. Ich war gestern Abend mal wieder mit meinem besten Kumpel ein, zwei Bierchen trinken. Er selber kommt aus einer extrem schachbegeisterten Familie. Sein kleiner Bruder ist sogar IM, internationaler Meister, auf dem Weg zum Großmeister. Vielleicht schafft er das. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Er selber hat auch lange Zeit Bundesliga-Schach gespielt und hat eine sehr enge Verbindung zur Hamburger Schachschule und dem Hamburger Schachklub. Habe ich gleich auch nochmal eine Verlinkung für euch drin. Auf jeden Fall sitzen wir auch ganz gerne dann mal bei einem Bierchen da und grübeln über Taktikaufgaben. Und ich habe lange Zeit, ich weiß gar nicht, warum ich da nicht schon viel früher drauf gekommen bin, lange Zeit überlegt, wie kann man denn mal jetzt so das plastisch erklären, was eigentlich nötig ist, um den nächsten Schritt in World of Tanks zu machen. Wenn ihr jetzt im Moment noch sehr krasse Anfänger seid, dann ist das vielleicht noch nicht so euer Thema. Das richtet sich vor allem an Leute, die über dieses Thema hinaus sind. Hey Maus, was soll ich mit dem und dem Panzer machen? Wie spielt man den und den Panzer oder wie rüstet man den und den Panzer aus? Sondern es geht vor allem um Leute, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind, die verstanden haben, dass es halt nicht das eine Anfahrtsziel auf einer Karte gibt. Es gibt nicht diese eine Heavy-Position, wo ich auf jeden Fall hin muss, sondern man spielt im Prinzip mit allen Informationen, die man hat, wie man das beim Schach auch tun würde. Jeder Panzer ist dabei wie eine Schachfigur zu sehen, kann nur bestimmte Züge machen. So ein Heavy natürlich sehr unmobil, wenn wir jetzt hier den E100 haben, sehr unmobil. Habe dafür einen fetten Punch, kann sehr gut Schaden austeilen. Nennen wir ihn einfach mal einen Turm. Wir kommen gleich auch zu der Taktikaufgabe, die ich mit euch sehr gerne bespreche. Und danach habe ich für euch ein paar Beispiele, wie man das in World of Tanks transferieren kann. Es geht dabei vor allem darum, zu verstehen, dass mit jeder Eröffnung, die ihr spielt, sich neue Situationen auf der Minimap entwickeln, neue Möglichkeiten für euch einen Zug zu machen. Und dann quasi auch sehr sneaky dem Gegner im Prinzip durch ein, zwei einfache Manöver vielleicht die Chance auf den Sieg zu erschweren, das ganze Kartenhaus vom Gegnerteam zum Einbruch zu bringen. Weil sehr gute Spieler in World of Tanks, die spielen nur noch zu einem gewissen Teil ihren eigenen Panzer. Das, was die guten Spieler wirklich unterscheidet von den eher nicht so guten Spielern oder dem Durchschnittsspieler, ist dieses Thema, dem Gegner zwei, drei Schritte voraus zu sein. Die Karte aus dem FF zu kennen und dann zu wissen, wenn ich die und die Position mit dem und dem Panzer anfahre, dann baue ich maximalen Druck auf das Gegnerteam auf. Dann kann ich vielleicht meinen nicht so starken Mitspielern dazu verhelfen, Gegner rauszunehmen, die sie vielleicht selber nicht rausgenommen hätten. Also man muss sich einfach mal frei machen von diesem ganzen Thema. Ich habe immer nur schlechte Teams, ich habe immer nur Idioten in meinem Team. Ich trete immer nur gegen unfaire Panzer an, alle schießen mit Premiummunition auf mich. Wenn ihr noch in dieser Phase seid, wo ihr quasi all euer Misslingen auf die Umstände schiebt, dann ist das Video jetzt wahrscheinlich das Falsche für euch. Dann solltet ihr an dieser Stelle ausmachen. Wenn ihr aber bereit seid, so auch mental den nächsten Schritt zu gehen, zu gucken, wie viel Tiefe steckt da eigentlich drin und was kann mir das bringen, auch mal nochmal weiterzudenken und wie gesagt, World of Tanks auch wie Schach zu verstehen. Ich denke, dann seid ihr hier auf jeden Fall mit dem richtigen Video am Start. Und wir werden jetzt weitermachen mit der Taktikaufgabe von gestern Abend. Die ist, wie ich finde, sehr, sehr interessant und gibt schon einigen Aufschluss darüber, was man so auch in World of Tanks häufig für Fehler macht. Und dann werden wir uns zwei, drei Spielsituationen angucken, die wir dann ähnlich beurteilen wie eine Stellung im Schach. Ja, ich hoffe, dass die meisten, die jetzt hier noch am Start sind bei dem Video, eine gewisse Grundvorstellung von einem Schachspiel haben. Falls nicht, dann solltet ihr vielleicht diesen Teil überspringen. Aber auf der anderen Seite wird es vielleicht doch auch ganz interessant für Leute, die jetzt mit Schach so gar nichts anfangen können. Wir haben hier eine Stellung, weißes am Zug. Also Schach, ja, rundenbasiertes Spiel. Also immer ein Zug, danach ist der Gegner wieder dran. Und es ist sehr, sehr auf der einen Seite sehr, sehr rudimentär. Auf der anderen Seite so extrem faszinierend komplex. Und jetzt, als Anfänger würde man jetzt wahrscheinlich hier unten in dem Bereich gucken, weil hier, ihr seht das, die schwarze Dame steht hier. Die Figuren decken sich alle gegenseitig. Also zum Beispiel dieser Bauer wird gedeckt von dem Läufer. Und dieser Bauer wird gedeckt von dem Turm. Der Läufer hier oben wird gedeckt von den Bauern. Also hier ist, ja, relativ defensiv das Ganze, weil die Dame doch diverse Figuren hier bedroht. Auf der anderen Seite haben wir ein paar freistehende Figuren. Und wenn man jetzt nicht so versiert ist, dann würde man vielleicht darauf hinaus sein, dass man hier oben vielleicht einen Schach anstreben kann, einen Schachmatt. Ja, also das, nur mal als Beispiel, ihr macht jetzt diesen Zug hier, dann drohen wir das Ganze schon an. Also dann drohen wir im Prinzip mit dem nächsten Zug hier oben unsere Dame hinzusetzen, Schachmatt. Die Dame kann nicht rausgenommen werden von dem König, weil dahinter der Läufer steht. Also wäre das jetzt hier eine Schachmatt-Position. Aber um da grundsätzlich erstmal hinzukommen, wenn ich diesen Zug mache, dann könnte zum Beispiel der Schwarz einfach diesen Zug machen und schon ist das Ganze wieder im Sande verlaufen. Nochmal ein anderes Beispiel. Wir haben ja hier auch noch den Springer, der quasi, wenn ich diesen Zug machen würde, einfach die Dame jetzt hier rausnehmen könnte. Also müsste man sich jetzt überlegen, wie kriege ich erstmal diesen Springer hier weg. Man könnte ihn zum Beispiel durch den Läufer hier attackieren. Das ist alles so, wie gesagt, das sind alles so Sachen, die einen extrem davon abhalten, den mega krassen Zug zu sehen, der hier Weiß auf jeden Fall nach vorne bringt. Also wie gesagt, Anfänger würden jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich hier so rum überlegen, wie komme ich denn jetzt da hinten an den König und man sieht ja auch so schön, man ist nicht so weit weg von dem Schachmatt und das Ganze lenkt einen halt unglaublich ab und Schwarz hat einfach zu viele Möglichkeiten, hier dieses Schachmatt abzuwenden und zu verteidigen. Und das würde dann in einem Geplänkel enden. Was aber dann der Unicum-Schachspieler sieht, oder zumindest der fortgeschrittene Schachspieler, ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe es erst auf den zweiten Blick nach ewig langem Hin- und Herrechnen gesehen, ist, dass man mit einem Zug die Dame komplett auseinandernehmen kann. Und das ist dann wieder drei, vier Züge im Voraus gedacht. Und zwar, wenn ich mit diesem Läufer einfach diesen Zug mache, hängt die Dame. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt, ob ihr das sofort nachvollziehen könnt. Warum hängt die Dame? Die Dame kann nur hier hin, wenn sie hier hin zieht, wird sie geschlagen von dem Bauern. Das heißt, die Dame kann auch nicht hier hin, weil dann wird sie geschlagen von dem Springer. Und der Läufer deutet jetzt an, dass er quasi hier runter geht und quasi die Dame angreift. Wenn ich mit dem Läufer hier runter gehe, kann die Dame natürlich zurückschlagen, den Läufer rausnehmen, aber dann nimmt irgendeiner von den beiden Türmen hier die Dame raus. Also ist die einzige Chance, jetzt das Ganze noch hinaus zu zögern, im Prinzip mit diesen Bauern das Lauffeld quasi von der Dame freizumachen, also den Bauern hier runter zu ziehen, so um einen potenziellen Fluchtkorridor freizumachen. Um das zu verhindern, und da sind wir jetzt schon beim dritten Zug, setzt ihr einfach, also der normale Impuls wäre jetzt natürlich, mit den Bauern dann diesen Bauern zu schlagen. Das wäre aber auch gleichzeitig der dümmste Zug. Der schlauste Zug wäre jetzt einfach, an diesen Bauern vorbeizuziehen, hier oben mit dem Bauern den Fluchtkanal von der Dame wieder zuzumachen und zack ist im Prinzip das Ding für die Dame gelaufen. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt und am Ende des Tages kriegt ihr die Dame. Ihr fangt im Prinzip mit dem Läufer die Dame. Die Dame kommt hier nicht mehr weg. Wenn sie den Bauern schlägt, kann der Bauer die Dame rausnehmen. Wenn sie hier oben im Prinzip den Springer schlägt, also so, dann kann der Läufer die Dame rausnehmen. Ihr habt also in jedem Fall die Dame kassiert und habt dafür im Prinzip nur eine Figur eingestellt. Und das Ganze aus diesem einen Zug, den ihr gemacht habt, überhaupt herauszusehen, dass diese Dame hier hängt und dass sie sie holen können, das ist halt schon wirklich eine ganz, ganz extreme Weitsicht. Für einen geübten Schachspieler mag das jetzt gar nicht so schwer aussehen. Der hätte das wahrscheinlich an einem Muster erkannt. Aber wie gesagt, das ist dann im Prinzip auch das Gleiche wie bei World of Tanks, dass ihr anhand von bestimmten Stellungen seht, ich kann jetzt diesen Zug machen und schon hängt das gesamte Gegnerteam. Schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wir sind unterwegs mit dem Burask auf der Karte Ruinberg im Zehnergefecht. Die Runde ist gestern Abend entstanden. Und für das, was wir jetzt machen, ist es eigentlich überhaupt nicht entscheidend, in welchem Panzer wir sitzen. Das könntet ihr mit jedem anderen Achter Medium machen, mit jedem Achter Light, mit jedem Neuner Medium, mit jedem Zehner Medium in diesem Matchmaking. Hier geht es überhaupt nicht um den Panzer selber, sondern es geht vor allem darum, wie die Karte gespielt wird. Die Karte hat bestimmte Achillesfersen, die man nutzen kann, wenn man es sieht, wenn man es kennt. Und ich fahre jetzt hier oben in die Stadt. Thailand hat mit seinem TL1 LPC gesagt, so, ich fahre hier unten mal in Richtung der Stadt des Rondells und falte dann nach oben. Ihr seht auch 121er, Type 61, die fahren da relativ aggressiv ins Zentrum. Wir sehen jetzt schon Leopard 1 hier, Skoda T50. Der Leopard 1 ist auf jeden Fall im Zug. So, das ist jetzt hier wieder RNG. Beide Schüsse daneben gesetzt, wie gesagt, auch darum geht es nicht. Jetzt hat man hier bestimmte Optionen. Wir machen jetzt mal ganz kurz auf Pause. Viele Informationen haben wir noch nicht. Der T26E5 steht unten in der Stadt. Dann haben wir den Skoda T50, Leopard 1, die Su-101 haben wir auch kurz gesehen. Aber viel mehr Informationen haben wir nicht. Das ist jetzt so eine klassische Standarderöffnung, würde ich sagen, auf der Karte Ruinberg. Ich fahre ganz gerne mal hier hin. Ich fahre ganz gerne. Also, wir gucken uns das mal an, wie es jetzt hier weitergeht. Ihr seht auch jetzt unsere beiden 10er Mediums, TVP, Leopard, wie defensiv die hinter mir stehen. Was ich jetzt auch zum Beispiel ganz gerne mache, ist mal hier reingucken. Und jetzt haben wir schon wieder deutlich mehr Informationen. Wir haben gerade dazu bekommen, wir zählen mal den Renegade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs zusätzliche Informationsbausteine. Fünf, sechs zusätzliche Figuren, die quasi nicht mehr dabei sind. Das heißt, hier sind schon mal sieben Panzer. Eins, zwei, drei. Macht zehn Panzer. Fehlen nur noch fünf. Eins davon ist die Arty. Und ansonsten fehlen noch Centurion Action X und der zweite Leopard plus der Stritzwann S1. Da können wir eigentlich ziemlich sicher sagen, dass der entweder hier hinten oder hier irgendwo stehen wird. Meistens stehen die auf dem offenen Feld. Und schwuppdiwupp habt ihr eine Idee davon, wie sich dieses Gefecht jetzt hier aufbaut und wo die einzelnen Figuren sind. Und das bedeutet, dass ihr quasi hier oben nicht mehr mit allzu viel Gegenwert zu rechnen habt. Ihr habt hier ein Zehner Medium, da zwei Zehner Mediums. Die spielen natürlich sehr, sehr passiv. Die könnten genau das Gleiche tun, was ich jetzt hier auch tue. Und zwar gucken wir jetzt hier. Hier passiert auch nichts. Also ich spotte jetzt hier auch nichts beim Überfahren auf der Straße. Und da vorne links, ich geier schon auf die Position die ganze Zeit, gibt es eine Position, mit der man quasi alles, was hier vorne steht, Proxy spotten kann. Mailand hat es auch schon angepingt, dass er von da beschossen worden ist. Und wie gesagt, ich war eh die ganze Zeit schon am Geiern auf diese Position und ich fahre da jetzt hin. Da ist Leopard 1, Centurian Action X. Der Leopard kassiert schon heftig durch den Spot. Centurian Action X steht jetzt auch im Proxy spot offen. Wir sind jetzt schon bei 1500 Unterstützungsschaden. Und wie gesagt, das hätte man mit jedem anderen Panzer genauso machen können. Proxy spot bedeutet halt immer 50 Meter Radius. Die Panzer gehen auf. Der Centurian hat jetzt geschossen. Aufgrund der Informationen ist jetzt auch endlich der TVP nachgerückt. Jetzt können wir selber auch nochmal feuern. Und das Gegnerteam hat jetzt an der Stelle ein Zehner komplett verloren. Der Leopard 1 muss von dieser Position ausweichen. Ist im Prinzip auch schon Two-Shot. Wenn jetzt hier unsere Panzerkleber nachziehen, der Leopard 1 und der TVP, dann können sie den Leo quasi auf der Flucht rausnehmen. Damit gehört uns das gesamte offene Feld. Und zusätzlich, wie gesagt, hat das Gegnerteam zwei von den Zehnern schon nahezu verloren. Das Gefecht ist quasi an dieser Stelle eigentlich schon gelaufen. Nur durch einen einzigen Zug, so wie wir das gerade bei der Schachaufgabe gesehen haben, durch einen einzigen Zug in eine einzige Position, haben wir das Gegnerteam so krass unter Druck gesetzt, dass uns jetzt quasi das offene Feld gehört. Dass wir jetzt das Kreuzfeuer in die Stadt aufbauen können. Dass wir hier hinten jetzt die ganzen Kollegen rausnehmen können. Also ich will das jetzt auch nicht in die Länge ziehen, aber ich denke, das Prinzip wird klar. Und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt der Burask war oder irgendein anderer Panzer. Es ging jetzt in dem Moment einfach nur darum, dass wir die Position gespielt haben, mit den Informationen, die uns zur Verfügung standen. Wir wussten, es können nicht so viele Panzer sein, die uns jetzt hier rauspushen können. Weil wir hinter uns noch drei Mediums zu stehen hatten, plus ein TD. Und hier maximal drei, vier Panzer sein konnten. Also diese Informationen gepaart mit der Mapkenntnis, diese Position anzuspielen, hat jetzt dafür gesorgt, dass das Gegnerteam gerade wie ein Kartenhaus einfach zusammenbricht. Diesmal sind wir in den Ranked Battles unterwegs und wir sind unterwegs mit dem Kranwan. Die Karte Lifeoaks, ja, klassische Eröffnung mit einem Panzer, der so eine krasse Gun Depression hat wie der Kranwan, natürlich zum Wasser. Das ist jetzt so eine Sache, ich denke, das ist auch fast noch ein Selbstläufer. Der Kranwan entwickelt seine Stärke nicht mit seiner Wannenpanzerung. Also Stadt ist erstmal wahrscheinlich außen vor, sondern die Stärke vom Kranwan, natürlich, wenn wir sie jetzt wieder als Schachfigur betrachten. Zwölf Grad Gun Depression, super stärker Turm. Also das Gelände hier hinten am Wasser, perfekt und prädestiniert für diesen Panzer. Soweit ist es jetzt ja auch noch keine Herausforderung, weil, wie gesagt, die Eröffnung ist klar. Aber dann kommen wir gleich ziemlich zügig wieder zu dem Punkt, wo es bei den meisten Leuten dann wieder aufhört, einfach mit der Karte, mit den Informationen zu arbeiten und daraus dann für sich selber und dann natürlich in dem Moment, wo ihr für euch selber den richtigen Schluss zieht, den richtigen Zug macht, helft ihr natürlich auch eurem Team. Also es ist ja jetzt mitnichten so, dass ihr, wenn ihr dann sowas macht, irgendwie eure Mitspieler schwächt oder so, sondern ihr haltet euren Panzer im Spiel. Ihr macht einen guten Zug, um dem Gegnerteam das Gewinnen zu erschweren. So, normalerweise ist hier jetzt auch immer Dip or Die und das Gegnerteam, ihr seht schon, an dieser Stelle, ich bin leider nicht schnell genug, an dieser Stelle ist im Prinzip schon, ja, die Entscheidung fast gefallen. Wir sind zu langsam, die beiden STB1 hier sind zu weit weg, um noch da hinten in die Senke reinzukommen. Der Leopard ist schon runtergeknallt und jetzt mache ich mal, damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, mit euch so eine Mini-Version von Kartenkunde. Also wenn der Leopard hier auftaucht und schon so schnell reinkracht, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass dahinter auch noch STB1, das Objekt 430U, wie sie nicht alle heißen, kommen. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass der Kollege im Leopard so wahnsinnig ist, ohne zu sehen, dass er genug Backup bekommt, hier mit reinzuknallen. Wir haben jetzt auch noch die Information, 1, 2, 3, 4 Panzer sind in Richtung Stadt gefahren und gespottet worden. Zwei Panzer sind bis jetzt hier. Aber diese Informationen reichen schon, um jetzt hier nicht mehr nach vorne zu fahren. Warum? Weil es jetzt zu spät wäre, da noch reinzukrachen und die Gegner haben hier an dieser Position einen taktischen Vorteil. Das 277 wastet sich gerade hart, muss man dazu sagen. Wenn die Gegner jetzt hier an diese Position ranfahren, können sie von hier Druck in dieses, nennen wir es mal U, das hier, das Ganze, das nennen wir jetzt hier mal das U, hier reinfeuern. Sie können dann quasi sich auch noch, also ihr seht ja auch, was das hier für eine breite Front ist. Also entlang dieser ganzen Frontlinie können sie sich hier aufbauen und mit den Gandhi-Plöschen-starken Panzern mal von hier reinfeuern, mal von da reinfeuern. Dann, wenn sie clever sind, fahren hier hinten noch, das ist halt immer so der typische Ablauf, fahren hier hinten noch Panzer rein und kämpfen dann von hier. Und alles, was sich in diesem U befindet, hat im Prinzip schon kategorisch verloren. Ihr könnt diese Position nicht halten. Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn das Gegnerteam hier schon vorne rangekracht ist, dann habt ihr keine Chance, aus diesem U zu verteidigen. Das bedeutet, die einzige Chance, wie ihr jetzt hier die Niederlage abwenden könnt, und wir sehen hier, der SCB1 wird kein schlechter Spieler sein mit drei Gunmarks. Ich weiß nicht, was mit diesem SCB1 hier ist. Das scheint auch ein ganz brauchbarer Spieler zu sein. Man kann ja immer so anhand der Gunmarks schon so ein bisschen sehen. Der IS-7 macht jetzt hier halt leider den Fehler und hat darauf gebaut, dass wir hier alle reinkrachen. Das Problem ist, außer dem 277 sind halt alle zu langsam. Und ihr seht halt auch selber, das ist ein Großteil unseres Teams. Hier SCB1, Leopard, Progetto, Objekt 140, TVP, die sind alle gar nicht mitgekommen. Also werden wir wahrscheinlich hier in der Unterzahl sein und diesen Shootout, diesen Push verlieren. Das ist jetzt super viel Gelaber, aber das ist unheimlich wichtig, dass ihr das versteht und nachvollziehen könnt, dass die einzige logische Konsequenz, den einzigen möglichen Zug, den ihr jetzt machen könnt mit eurem Kranwahn, ist hier einfach stehen zu bleiben. Nicht versuchen, da vorne den IS-7 zu retten, nicht nach vorne zu fahren, nicht, wenn hier schon Panzer in der Senke sind, noch versuchen, da reinzukrachen. Das Zeitfenster hat sich geschlossen. Für das 277 könnt ihr auch nichts tun. Also die einzige Option ist jetzt hier, und ihr seht das auch schon, das geht irgendwann, dieses Schema kommt ja immer wieder. Es ist ja egal, was ihr tut, dieses Schema, wie man hier auf dieser Karte gewinnt oder verliert, kommt immer wieder. Und deswegen habe ich auch gesagt, ein erfahrener Schachspieler hätte bei der Taktikaufgabe, die wir uns gerade angeguckt haben, das wahrscheinlich sofort gesehen. So wie ich sofort gesehen habe, dass das hier zu nichts führt. 277 ist auch schon draußen und ihr seht, wie gesagt, der Leopard ist hier nur so stark nach vorne gekracht, weil er wusste, hinter ihm kommen noch acht andere Fahrzeuge, die jetzt mittlerweile hier schon sich sehr stark aufgebaut haben. Aber wir haben jetzt hier eine Position, aus der wir quasi das Ganze halten können. Leopard hat sich hier hinten hin verschoben. SCB1 ist zurückgefahren, um von hinten zu unterstützen. Und zusätzlich kann man sich ja diese Kollegen hier zunutze machen. Es wird auch schon wie wahnsinnig gepinkt. Die haben jetzt nämlich die Möglichkeit, erstens hier rein zu feuern und zweitens natürlich dann jetzt hier die Überzahl-Situation zu nutzen und hier den Push zu initiieren, um noch besseres Kreuzfeuer aufzubauen. Und unsere Aufgabe ist jetzt hier, so lange wie möglich mit diesen drei Panzern, der Artie im Hintergrund und den Mediums im Hintergrund zu halten. Ja, und auch nur so, wenn ihr hier drin stehend bleibt, könnt ihr das leisten. Auf den E7 können die Gegner pieken, ohne dass von hinten unterstützt werden kann. Ist halt leider so. Auf uns selber können die Gegner nicht pieken, ohne dass uns von hinten keiner unterstützen kann. Und wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an, wie es weiterläuft. SCB1 kommt ziemlich hoch. Der Leopard 1 fängt sich auch nochmal eine. Und auch unser SCB1-Kollege hier, das Objekt 430U, die haben das richtig und schnell realisiert. Der IS-7 ist jetzt im Kreuzfeuer untergegangen, genauso wie erwartet. Und das wäre im Prinzip mit unseren Panzern genauso passiert, wenn wir da auch reingefahren wären. Also manchmal nennen wir es jetzt halt einfach, wir mussten den IS-7 leider opfern, um hier überhaupt noch eine Chance zu haben, diesen Push abzufedern, abzufangen. Und ich stehe jetzt hier natürlich mit meinem Kranwan mit dieser super Turmpanzerung, diesen 12 Grad Gun Depression und kann hier schön Druck aufs Gegnerteam machen. Ihr seht auch, dass unser Team sich schon mittlerweile auf der anderen Flanke durchgesetzt hat, da quasi schon den Gegen-Push initiiert. Das ist wichtig für uns. Und ihr seht auch, was hier von hinten für Schellen angeflogen kommt. Die Arti hält mit rein, die ganzen Mediums, die hinter uns stehen, die feuern mit rein. Und wir selber können natürlich auch hier unseren Teil dazu beitragen. Nächster Panzer, den One-Shot hier rausgenommen. Und aus einer vermeintlichen Stellung, die ganz klar auf Niederlage stand, haben wir jetzt quasi auf unsere Seite den Vorteil wieder geholt. Das Gegnerteam ist jetzt schon dabei. Ihr seht da oben, Objekt für 30 Uhr ist schon am Ausweichen. Der Angriff ist quasi gescheitert. Das war jetzt natürlich wieder ein bisschen RNG-Pech. Den Kollegen können wir mitnehmen. Und es steht jetzt 8 zu 4. Wir gehen gerade zum Gegenangriff über, nachdem das Gegnerteam sich jetzt hier versucht hat, noch irgendwie rauszuziehen, weil die letzten Überlebenden quasi gemerkt haben, dass dieser Angriff gescheitert ist. Also wir haben uns quasi unser Wissen um diese Position zu nutzen gemacht. Das macht unser Wissen darum, dass wenn wir jetzt hier zu spät an das Bachbett ranrücken, dass dann dieses U für uns keine Option mehr darstellt, sondern sie sind hier hinten stehen geblieben, haben von hier verteidigt und haben uns quasi auch den Umstand zunutze gemacht, dass hier Mediums sind, die hier Kreuzfeuer reinbringen können, die hier quasi außenrum pushen können. Die einzige Aufgabe war jetzt hier, das zu verteidigen. Das funktioniert natürlich nicht alleine, aber der STB1 und auch das Objekt für 30 Uhr, die haben hier clever mitgespielt, sind auch nicht nach vorne gefahren, haben sich auch direkt auf diese Position fallen lassen, weil das erfahrene Spieler halt einfach sofort sehen. Ja, ich denke, dieses Beispiel hat es auch nochmal ganz, ganz klassisch veranschaulicht, dass es, manchmal sind es, wie gesagt, nur ein, zwei Überlegungen im Kopf, ein Zug und das Gegnerteam kommt schon in Probleme. Jetzt als letztes Beispiel habe ich euch nochmal eins mitgebracht, was ihr vielleicht kennt, wenn ihr das Ranked Battles Video von gestern gesehen habt. Wir sitzen im STB1 und das muss ja nicht immer in der Eröffnung oder so entstehen, am Anfang einer Runde, sondern manchmal plänkeln so die Runden ja auch für sich hin und wir haben jetzt hier wieder wie beim Schach eine Stellung. Wir haben definitiv einiges an Informationen. Wir wissen, dass da hinten der T62 Alpha relativ low HP ist, den Leopard haben wir ja auf der Querfahrt, falls ihr euch noch erinnert, beschossen. Aber wir sehen halt auch, dass der TVP da hinten bedroht ist, dass er hängt, hat nur noch 87 HP. Der T110E4, der hat kaum noch HP und den Progetto können wir jetzt nicht einschätzen. Was habt ihr jetzt für Optionen für mögliche Züge? Ihr habt natürlich die Möglichkeit, jetzt hier vorne ranzufahren und dem TVP zu helfen. Das Problem ist selber, wir haben auch nur noch 864 HP und wenn ihr jetzt frontal gegen sowas wie 277, Objekt 430U, was da hinten noch so alles am rumkrebsen ist, kämpft, das ist halt immer ein bisschen ärgerlich und vor allem dieser Frontalkampf führt natürlich auch dazu, dass RNG ein Stück weit mehr mit entscheidet. Was habt ihr noch für eine Möglichkeit? Ihr könntet euch natürlich hier oben hinstellen und darauf warten, dass die Gegner angreifen. Damit nehmt ihr euch natürlich die Möglichkeit des Überraschungsmomentes und vor allem kann es dann auch gut sein, dass in der Zwischenzeit quasi euer Team aufgeraucht ist und da plötzlich 5 oder 6 Panzer gleichzeitig auf euch pushen. Da reicht dann auch die DPM vom Leopard nicht. Das Schlachtfeld hier hinten, das können wir nochmal erstmal komplett außen vor lassen. Da hinzukommen dauert eh viel zu lange und wie gesagt, was die Arty und die Badget da hinten treiben mit dem Objekt 277, da könnt ihr jetzt keinen Einfluss drauf nehmen. Aber ihr habt natürlich auch noch, weil wir gerade nicht gespottet worden sind, als der Leopard hier vorbeigefahren ist, die Möglichkeit jetzt hier runterzufahren und nach allem Anschein werden die Panzer jetzt hier drauf gehen und dann ist es häufig so, dass das Team den Angriffsschwung aufbaut und versucht mitzunehmen, um hier anzugreifen über diese Fläche. Und wenn ihr dann den Überraschungsmoment quasi nutzt, hier durchs Bachbett hinterherfahrt und dann quasi die einfachen Ziele von hinten angeht, habt ihr ganz gute Chancen, dass das vielleicht euer bester Zug sein könnte, um überhaupt noch irgendwie eine Chance zu haben. Da gehört natürlich dann auch noch relativ viel Glück dazu. Ihr seht das jetzt, wir formulieren hier, Panzer, der Leopard vom Gegnerteam ist rausgenommen worden. Jetzt sind aber auch unsere ganzen One-Shots hier geplatzt und das Gegnerteam hat hier noch vier Panzer. Der TVP sorgt immerhin noch dafür, dass das Objekt 277 jetzt auch nochmal ein ganz guter P verloren hat. Die Badjet hinten hat unser 277 rausgenommen und wir haben jetzt auch den TVP verloren. Was jetzt aber dadurch, dass wir uns hier schon rausgezogen haben, unsere einzige Option ist in dieser vermeintlich 2 gegen 6 Situation, ist, dass das Gegnerteam, weil wir zuletzt irgendwo hier in dem Bereich standen, jetzt einfach das Momento mitnimmt und hier weiter angreift und wir im Prinzip von hinten dafür sorgen können, die Gegner aufzumischen. So, wie es ausschaut, ich habe hier kurz gezögert, um zu gucken, ob hier irgendwas steht. Alle sind weitergefahren. Und ich weiß, ich habe eine sehr gute DPM in meinem Panzer und wenn ich glücklich bin, dann haben wir die Situation wie hier. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht an der Stelle, habt ihr vielleicht gesehen. Der eine 277 hatte nur noch 260 AP. Ich habe auf den volleren geschossen, weil ich das in der Situation jetzt nicht sofort gesehen habe, dass der andere eigentlich One-Shot für mich war. Jetzt sind beide One-Shot für mich, aber hier in der Situation war das nur der zweitbeste Zug. Der beste Zug wäre jetzt gewesen, das eine Objekt 277 rauszunehmen mit 260 AP. Okay, aber Gott sei Dank machen sie den Fehler, weil sie jetzt auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Jetzt kann ich wieder, weil das andere 277 sich in Deckung gebracht hat, meinen Panzer nutzen, die Stärke von meinem Panzer, die Gun Depression, nehmen das Objekt 430U raus und jetzt kann ich mir definitiv noch einen Schuss fangen. Aber ich kann natürlich auch versuchen, meine Turmpanzerung zu spielen. Jetzt in dem Moment weiß ich wieder, ich habe den schnelleren Reload. Ich kann die Distanz zum 277 verkürzen. Er könnte jetzt schießen, muss dafür aber rauskommen. Ich habe schon wieder nachgeladen, wir haben beide nachgeladen. Er gibt mir seine Oberwanne, den Moment des Fehlers. Und das war im Prinzip jetzt hier der Matchwinner. Die andere Situation gegen die Badget war natürlich Glück, wenn die Badget besser gezielt hätte, besser geschossen hätte. Das gehört dann auch dazu. Aber überhaupt, um in die Situation zu kommen, dann gegen die Badget kämpfen zu können und hier das Ganze zu verkürzen, war diese Aktion wichtig, um drei Kanonen rauszunehmen. Wie gesagt, klar gehört dann auch immer dazu ein bisschen RNG-Glück, ein bisschen Unvermögen der Gegner. Aber bis zu dem Zeitpunkt hier war diese Aktion, denke ich, durchaus vertretbar und absolut der einzige Zug, den ich noch wirklich vernünftig machen konnte. Und selbst, wie gesagt, wenn ich jetzt hier das Ganze nicht geschafft hätte, die Runde nicht gewonnen hätte, hätte mich das in eine gute Ausgangsposition gebracht, um in den Ranked Battles, zumindest auch im Verliererteam, einen Streifen dazu zu bekommen, weil wir hier drei Kills gemacht haben, ein bisschen Schaden. Mir ging es jetzt aber, wie gesagt, darum, dass ihr immer wieder versucht, euch darauf zu konzentrieren. Was bietet euch die Minimap an Informationen? Was habt ihr für mögliche Züge? Wie könnt ihr euer Team einen Schritt weiter nach vorne bringen, euch persönlich einen Schritt besser in eine bessere Ausgangsposition, in eine überlegene Stellung bringen? Das sind so Sachen, das läuft im Prinzip bei den sehr, sehr guten Spielern einfach unterbewusst ab. Da macht sich keiner mehr groß Gedanken drüber. Aber wenn man da hinkommen will, dann sollte man anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Schach ist da eine Option, aber mir war es jetzt einfach nur mal ganz wichtig, dass ihr überhaupt mal gesehen habt, dass es sowas gibt und dass es im Prinzip dann einfach nur wichtig ist, das zu lernen. Wenn ihr den nächsten Schritt machen wollt, sich einfach mal freizumachen von den Charakteristiken der jeweiligen Panzer. Ihr müsst im Grunde eigentlich nur wissen, was kann euer Panzer. Die Stärken und Schwächen eures Panzers geben häufig die Eröffnung vor. Aber dann das Austragen auf dem Gefechtsfeld mit den Informationen, das ist das Wesentliche, was im Prinzip einen sehr guten Spieler von einem durchschnittlichen oder eher schlechten Spieler unterscheidet. Ich hoffe, das Video war nicht zu trocken für euch. Ich habe in der Beschreibung jetzt auf jeden Fall auch nochmal den Link, den Facebook-Link von der Facebook-Seite der Hamburger Schachschule reingepackt. Die freuen sich irrsinnig, wenn ihr da vielleicht mal ein Like da lasst. Und wer da Bock hat, da gibt es jeden Tag neue Knobel-Aufgaben von Einsteigern bis Fortgeschrittene und schon sehr knackige Aufgaben. Also wer da Bock hat, wer so ein bisschen einen Plan von Schach hat, der kann sich da auf jeden Fall auch nochmal gehirnjoggingmäßig, denke ich, ein ganzes Stück verbessern. Und ihr seht, man kann das auch in gewisser Weise transferieren auf World of Tanks. Und es hilft euch, glaube ich, ungemein dabei, ja, so diese nächste Metastufe im Kopf auch zu erreichen. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!